Hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten Video auf die Minecraft Nation. Ähm, was? Yo! Yo! Und zwar ist das hier unsere erste, ich sag's mal, Wallercoaster, also Achterbahn. Ähm, wir haben angefangen hier auf dem Berg und haben dann hier so überall lang gebaut. Und, ähm, wir werden euch die jetzt mal vorführen. Ja, warte, ich... Ja, steigst du mal oben ein. Ich fahr schon mal vor. Jo. Äh, halt. So. Und erstmal geht's los. Fahren wir hier hoch. Wenn wir hier gestoppt, müssen wir auf diesen Button drücken. Drücken auf den Button und runter geht's erst los. So, wird hier die ganze Zeit erstmal rumgedreht und und und. So, dann fahren wir erstmal hier runter. Ich weiß nicht mehr, wo ich bin. So, und hier haben wir dann Lava oben drüber und dann außenrum Wasser. Also haben wir uns reingegraben. So, ins Wasser reingegraben. Doof gesagt, aber lai ist es so. Ey, ich seh dich. Ich dich auch. Hi, ich bin Fan. Du kriegst mich nicht. So, und dann haben wir hier. Dann fliegt man da runter. Knallt da auf den Boden und fährt durch die Powered Rail weiter. Natürlich muss die an sein, damit das klappt. Aber die war ja an, also geht das. Hier sind überall Powered Rails. Hier hat der Tobi1407 ein bisschen rumgeeiert. Doof gesagt. Wo sag ich immer doof gesagt? Aber egal. Da hat er ein bisschen mit Lava und Wasser gespielt. Was auch irgendwie einen schönen Effekt hat. Und das hier, was er jetzt gebaut hat, entstand am Ende durch Langeweile. Aber wenn ich wusste, wie wir enden sollten mit der Bahn, dann ist ihm das eingefallen. Okay, das habe ich hier noch nicht gesehen. Das habe ich wirklich noch nicht gesehen. Also dazu kann ich gerade nicht kommentieren. Ich weiß nicht, was er hier gebaut hat. Das habe ich jetzt das erste Mal gesehen. Aber das wusste ich hier schon. Jetzt zieh hoch. Drehen und drehen und drehen und drehen und drehen und drehen. Und drehen und sind wieder oben. Und aus. Ach, gut. Ja, das war unsere erste Minecraft Bahn. Die zweite ist gerade schon im Aufbau auf einer anderen Welt. Was heißt die zweite? Das sind schon zwei Bahnen. Ach ja, stimmt. Wir haben schon eine kleine fertiggestellt. Die machen wir dann im nächsten Video, ist wahrscheinlich. Jo, ich danke euch fürs Zuschauen. Oder wir danken euch fürs Zuschauen. Und dann bis zum nächsten Video. Tschüss. Ciao.